Hi Leute, hier ist wieder Fisona aus Berlin. Heute mit offenen Haaren, gerade frisch gewaschen. Ja, heute ein What I Eat In A Day Video. Mal was, wieder was anderes. Und ihr seht, was ich so esse, damit ich fit bleibe oder was mir halt schmeckt. Ja, das war es eigentlich. Und jetzt folgen die Sequenzen, was ich so esse. Tschüssi. Jetzt esse ich mein Frühstück, mein Müsli, mein leckeres, da freue ich mich drauf. Und mein Matcha-Tee und mein normaler Tee. Den trinke ich immer. So, ja hier geht's weiter. Jetzt habe ich so nach zwei Stunden Hunger bekommen. Darum mache ich mir diesen Aktivier-Joghurt. Da mache ich mir nur so eine Tasse rein und dann esse ich noch die Mandarine. Da habe ich doch noch mehr Hunger bekommen von dem Joghurt, durch den Joghurt und die Mandarine. Darum wird jetzt diese Dose gefüllte Weinblecher gekillt. Da mache ich noch schön eine halbe Zitrone drüber. So, jetzt gehe ich in so ein Café, wo es Glutenfreies gibt. Und ich freue mich schon. Und ihr seid dabei. Jetzt esse ich hier eine Mago und ich blende euch gleich ein, was ich im Café gegessen habe. Oder wie es im Café aussah. Ich konnte im Café nicht groß reden. Darum, ja. Ich habe dort einen Kuchen gegessen, so eine Nuss-Nougat-Torte. Die war sowas von lecker. Und glutenfrei und vegan natürlich. Und dann habe ich noch einen grünen Tee getrunken. So, der hat auch lecker geschmeckt. Und ich habe mir noch so einen Liebkuchen geholt. Und das Liebkuchen, also das habe ich leider nicht mitgefilmt, weil ich das danach gemacht habe und irgendwie nicht dazu gekommen bin. Aber jetzt esse ich meine Mago und danach esse ich was Warmes. Ich bin übrigens verrückt vom Tanzen. Ja, genau. Und jetzt esse ich hier noch was am Abend. Okay, so, das ist meine letzte Mahlzeit. Hier habe ich Rotkohl, da habe ich Spinat, auch gefrorenen Spinat. Da habe ich noch frischen untergemischt, wie ich immer sage. Da habe ich hier Edamame und hier habe ich Kartoffelpüree. Darüber freue ich mich. Alles vegan und alles so lecker. Ich liebe das Essen. Ich habe einfach mal mehr Lust auf Manko. Darum esse ich diese Manko-Streifen und wasche dabei ab. Ich hoffe, das hat wieder euch gefallen. Ja, was ich so gegessen habe. Und vergesst nicht ein Abo. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.